Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Mein Name ist Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin mit einer eigenen Praxis in Berlin und heute geht es um unser Innenleben. Es geht um Gefühle. Von himmelhoch jauchzend bis tief traurig, unser Gefühlsleben fährt manchmal Achterbahn. Doch egal, wie unangenehm sich das manchmal anfühlen mag, jedes einzelne Gefühl ist wichtig. Und warum das so ist, darüber spreche ich heute mit Lukas Klaschinski. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands, sondern auch als Podcaster und Spiegel-Bestseller-Autor sehr erfolgreich. Man kennt ihn unter anderem aus dem Psychologie-Podcast So bin ich eben, in dem er gemeinsam mit Stefanie Stahl psychologischen Fragen auf die Spur geht. Wie fühlst du dich denn heute? Ja, eigentlich sehr gelassen, sehr entspannt. Ich habe tatsächlich mal wieder in Herbert Grönemeyers Musik reingehört, als ich auf dem Weg hierher war. Und ich bin dann auf dem Bahnhof in einzelne Felder reingetappt. Das hat so einen meditativen Rhythmus in mir erzeugt und habe gedacht so, wow, wie tiefgründig er singt und wie was das bei mir auslöst und bin so ein bisschen auf die Reise mit ihm gegangen. Also ich bin voll gelassen gerade. Kann man Musik nutzen, um Gefühle zu gestalten? Ja, unbedingt. Machst du aktiv auch dann? Mache ich tatsächlich manchmal aktiv, wenn ich so ein Druckgefühl in mir habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so eine Belastungsphase hatte. Und dann merkt man, dass man so ein bisschen den Stäpsel ziehen möchte. Und ich habe das tatsächlich, speziell wenn ich Flugreisen mache, dass ich mich dann manchmal so eingeengt im Flugzeug, dass ich dann eine traurige Playlist drauflege auf meine Ohren und einfach manchmal fließen lasse und auch dann weine und merke, wie es mir dann besser geht, wenn das rauskommt. Weil Gefühle beziehungsweise Emotionen staunen sich im Körper. Und da ist es gut, die manchmal rauszulassen. Sport ist eine andere Methode. Wenn wir zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, laufen gehen, Yoga machen, da merken wir auch, dass wir uns danach besser fühlen. Ich sage auch immer, Sport ist Psychotherapie und Bewegung. Ja, und Anti-Aging auch, sage ich immer. Also Sport ist immer gut für alles eigentlich. Ja, genau. Und vor allem, dass man länger lebt mit Sport und all das. Also es sei denn, man verknackst sich so, dass man irgendwo runterfällt. Dann ist das natürlich unpraktisch. Klären wir mal, was Gefühle sind. Ist das was Biochemisches oder wie muss man uns das vorstellen? Gefühle sind erstmal eine körperliche Reaktion, die wir zeigen. Also wir merken ja, dass jedes Gefühl in irgendeiner Weise spürbar ist als körperliche Reaktion. Wenn wir Angst haben, merken wir die Hänge im Hals oder ein Drücken auf der Schulter. Wenn wir aufgeregt sind oder freudige Erregung haben, merken wir so ein Kribbeln im Bauch. Scham ist ganz, ganz schwer zu greifen, so als körperliche Erregung. Aber auch die ist vorhanden. Das ist so wie, als ob so eine kalte Flüssigkeit an uns herunterfließt und wir einfach nur weg wollen. Und dann gibt es natürlich noch die Emotion. Das ist ein Teil davon, ist das Gefühl. Das heißt, die körperliche Erregung. Aber da setzt sich noch was anderes zusammen, nämlich die kognitiven Prozesse, die wir dazu haben. Also die gedanklichen oder Gehirnprozesse. Genau, die gedanklichen Prozesse, die wir haben, die Glaubenssätze, die wir dann mit dieser körperlichen Erregung verbinden. Weil wir haben ja oftmals dann, wenn wir irgendwas spüren, sofort einen Gedanken, das ist so und so und davor auch schon Gedanken. Und daraus setzt sich die Emotion zusammen und was schon in der Emotion drin steckt, das Wort Motion. Das heißt, das ist dafür da, dass wir uns zu etwas hinbewegen oder von etwas weg. Die Angst, sei vorsichtig, mach es besser nicht. Glück, Freude, mach das bitte nochmal. Ich bin ja Hautärztin und ich liebe die Psychologen, weil natürlich wir ganz viele Überschneidungen haben. Ich wünschte mir manchmal als Hautärztin, ich hätte mehr psychologische Kenntnisse und Fähigkeiten. Und es gibt ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch Sätze, die Haut und Psyche miteinander verbinden. Wie zum Beispiel, das geht mir unter die Haut oder da kriege ich Gänsehaut oder man wird vor Schreck ganz blass. Oder man läuft vor Wut rot an. Und wir sehen als Hautärzte natürlich auch so diese hektischen Flecken, wenn die Patienten Stress haben in der Sprechstunde. Hängt das auch anatomisch zusammen? Also das heißt unsere Psyche und unsere Haut? Ja, unbedingt. Also wir spüren zum Beispiel Angst und dann erweitern sich unsere Gefäße, damit wir eine bessere Blutversorgung haben und besser darauf reagieren können. Auch bei Wut merken wir das, dass die Leute rot anlaufen, ist dafür da, dass wir in der Notsituation ganz schnell reagieren können. Die Wut ist ja dafür da, dass wir unsere Grenzen verteidigen können. Wenn jetzt jemand vor 10.000 Jahren in unser Lager gekommen ist, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und was fehlt, wenn wir Wut haben? Meistens die Angst. Das heißt, wir sind handlungsfähig und können etwas tun und über uns hinaus wachsen. Die Wut hilft einem auch bei der Jagd und heute hilft einem die Wut bei anderen Sachen. Manchmal ist sie allerdings auch ganz schön hinderlich. Was ich so schön finde, gerade weil du das sagtest, die Gefäße werden weiter, manchmal werden sie auch enger. Nämlich je nach Emotion werden unterschiedliche Rezeptoren bedient und es gibt unterschiedliche sichtbare Reaktionen an der Haut. Total faszinierend. Unbedingt, unbedingt, genau. Sind denn alle Gefühle gleich wichtig für uns Menschen? Ich würde sagen, sie sind wichtig, gleich wichtig in Sachen Informationsfluss. Manche Gefühle sperren wir lieber aus, andere weniger, andere sind willkommener. Das merken wir ganz klar und das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft sogar verschieden. Auf jeden Fall sind alle Gefühle sehr, sehr wichtig und manche sind präsenter, dadurch, dass sie uns so überwältigen. Die Wut kann ja wahnsinnig überwältigend sein, die Angst auch. Und andere, zum Beispiel so Traurigkeit, die schwingt latent mit und die spüren wir dann vielleicht erst nach Tagen, manchmal erst nach Wochen, dass sie da ist. Einsamkeit ist auch so ein Gefühl, was sich viel stiller bemerkbar macht. Wir haben uns vorhin schon unterhalten, dass es Situationen gibt, wo man funktionieren muss und gar keine Gefühle vielleicht so richtig wahrnimmt. Aber dann, im Anschluss, wenn diese Phase vorbei ist, was passiert da mit uns? Unsere Psyche ist wahnsinnig intelligent und wir müssen immer funktionieren oder am Ende geht es immer ums Überleben. Auch in der Traumareaktion sind die Gefühle so überwältigend, dass sie uns so einnehmen würden in der Reaktion, dass wir eigentlich handlungsunfähig wären. Und dann parken wir die Gefühle zur Seite und agieren erst mal das, was wichtig ist, aus und kommen dann später darauf zurück. Das heißt, sie können uns dann einholen oder verfolgen. Und das kennt, glaube ich, jeder auch aus dem Alltag, wenn wir gerade in einer wahnsinnig stressigen Zeit sind, dann merken wir das manchmal gar nicht in dieser stressigen Zeit, weil Stress verengt ja auch unsere Sicht. Stress ist auch nicht so gut, wenn man irgendwie eine Diskussion hat, weil man eben die Handlungsmöglichkeiten nicht zur Seite gestellt kriegt. Also wenn man irgendwie diskutiert, möchte man eigentlich auch Perspektivübernahme im Blumenstrauß an Möglichkeiten, Stress verhindert das. Und dann merken wir erst nach einer ganzen Weile, wenn der Stress abfällt, boah, hier kommen eigentlich ganz viele Gefühle nach, die da in der Zeit keinen Platz hatten. Lukas, du als Psychologe kennst sicherlich das Thema Traumdeutung sehr gut, das ja auch ein Mittel der Psychoanalyse zumindest ist. Sind denn Träume auch Gefühle oder verarbeitet man da Gefühle? Ja, da gibt es viele Theorien zu und man kann das nie ganz nachprüfen. Also das ist ja auch der Unterschied zwischen Psychologie und Medizin. Ihr könnt irgendwie jemanden aufschneiden und sagen, ah ja, okay, der Knochen funktioniert so und so können wir das ineinander stecken. Und klar gibt es dann so Restsachen, die man nicht so wirklich herausfinden kann. Das heißt, wir können immer nur Annahmen machen, aber sehr, sehr sicher ist, dass sehr viele Erlebnisse verarbeitet werden. Und das merkt man ja auch manchmal, dass man bestimmte Erlebnisse hat und dann kommen die wieder in einem Traum innerhalb von Bildern. Und man denkt sich so, okay, warum taucht der jetzt da auf? Aha, ich hatte irgendwie den mal wieder geschrieben und der ist mit dem verknüpft. Und man verarbeitet die Sachen. Und wie wir die Sachen verarbeiten, das ist natürlich zum Teil Genetik. Und welche Erfahrung haben wir schon vorher gemacht? Und auch Epigenetik wahrscheinlich. Epigenetik auch. Epigenetik ist ja, wie die Gene verklebt sind in der letzten Generation. Das wird ja auch weitergegeben an die nächste Generation, zum Beispiel Traumaerlebnisse. Genau. Obwohl man das nie erlebt hat, hat man trotzdem das Trauma der Vorfahren in sich und reagiert dann vielleicht gestresster, depressiver, ängstlicher. Ich habe ein ganz krasses Beispiel. Ich habe mal mit einer Holocaust-Überlebenden ein Interview gemacht und die war in dem letzten Zug von Auschwitz drin. Und als 14-Jährige hat sie das überlebt. Und ihre Tochter hatte immer ein Problem damit, Blut auf Fliesen zu sehen und konnte keine rausstehenden Augen sehen. Und ihre Mutter hat nie darüber geredet. Das heißt, es konnte nicht sozialisiert sein und hat eigentlich auch nicht so stark darauf reagiert wie ihre Tochter. Irgendwann hat die Mutter dann mal ihre Geschichte erzählt und das auch erzählt, was sie im Lager erlebt hat. Und dann ist dabei rausgekommen, dadurch, dass sie Tote, sehr, sehr viele Tote gesehen hat, da stehen ja dann die Augen raus und auch Versuche gesehen hat und erlebt hat, dass sie eben Blut an Fliesen gesehen hat, dass ihre Tochter diese heftige Reaktion quasi von ihrer Mutter vererbt bekommen hat, ohne dass es sozialisiert worden ist. Das heißt, durch das Verhalten der Mutter auf sie übertragen wurde. Und das ist Epigenetik, die Kraft der Epigenetik. Und man weiß, das ist ein ganz großes Forschungsfeld und du beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit. Das ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Man weiß noch nicht so ganz hundertpro, wie es funktioniert. Aber was eine Sache sein kann, alle Eizellen in der Frau sind ja angelegt mit der Geburt und dementsprechend nehmen sie auch Informationen auf und können diese auch weitergeben. Und die Spermazellen des Mannes ja genauso auch, die sind ja auch epigenetisch beeinflusst. Hundertprozentig. Und das ist ja auch ein cleveres System. Wenn ich in eine Gefahrensituation als Mensch komme, dann muss mein Kind ja auch irgendwie die Information bekommen, hey, halt dich von den Schlangen fern. Und es funktioniert halt in unserer Welt so, dass wir in anderen Gefahrensituationen sind. Wir bewegen uns auf so einer großen Autobahn, unsere Kultur. Wir sind so schnell, da kommt unsere Evolution gar nicht hinterher. Und wenn du dir mal anguckst, was sich gerade so entwickelt mit Eisbaden und wir gehen wieder raus in die Natur und wir essen wieder Vollwertkost. Also wir bewegen uns dahin zurück, wo unsere Evolution eigentlich noch stehen geblieben ist. Wir müssen wieder raus in die Natur, Kälte erfahren. All das, weil wir uns so ein komfortables Umfeld geschaffen haben. Sag mal, warum ist es manchmal so schwer, über Gefühle zu reden? Also ich glaube, es ist unterschiedlich schwer. Wenn du dir anguckst, bei Männern ist es manchmal anders als bei Frauen. Und das liegt natürlich auch an der Sozialisierung, dass Männern häufig oder häufiger gesagt wird. Und das kann natürlich individuell abweichen. Ein Ritter kennt keinen Schmerz, muss stark sein, du musst dich durchsetzen. Und dann beobachten wir bestimmte Sachen bei unseren Eltern, bei unseren Vätern jetzt als Mann. Wie oft weint unser Papa? Wie oft hast du deinen Papa weinen sehen in seinem Leben? Ja, nicht so glücklicherweise. Vielleicht war er immer fröhlich. Vielleicht war er immer fröhlich. Aber ich kenne schon natürlich Gesichter der Emotionen bei ihm, schon variabel. Aber ich verstehe deinen Punkt. Wahrscheinlich ist es auch eben erzieherisch bedingt. Ein Mann kennt keinen Schmerz, ein Mann muss tapfer sein, obwohl das langsam Gott sei Dank sich auch überholt. Es löst sich auf, auf jeden Fall. Aber wir haben ja trotzdem noch, ich habe meinen Opa im Rücken, meinen Papa. Und das überträgt sich ja auch auf mich. Und dann weiß ich, hey, Freude und Wut sind gut. Die kann ich gut zeigen, die Fußballemotionen nenne ich die immer. Und Traurigkeit, Scham, das hat nicht so einen Platz. Die Angst, die soll ich lieber nicht zeigen. Und wenn ich das über Jahre nicht tue und die wegsperre, dann verlerne ich diese Emotionen quasi. Dann habe ich da gar keinen Zugang mehr zu. Aber dann fehlt mir auch eine wichtige Information. Dann spüre ich in der Situation nicht so richtig meine Angst und kann damit nicht umgehen. Das ist ja immer die Gefahr, die entsteht. Und bei Frauen erlebe ich es häufiger, dass sie anders sozialisiert sind und dass sie immer die Liebe, Nette und Artige sein muss. Immer gefallen will. Ja, Frauen erleben auch in ihrem Aufwachsen mehr Beschämungserfahrung und haben deshalb meistens auch ein größeres Thema mit ihrer Scham und der Schuld. Und manchmal kann es dann sein, in Situationen, wo sie eigentlich wütend werden könnten oder sollten, wenn ein Kollege die Idee klaut, wenn irgendwas passiert, wo man denkt, hey, hier müsste ich eigentlich eine Grenze ziehen, dass sie dann traurig werden und anfangen zu weinen, weil sich eine Sekundäre Emotion als Schutzemotion über die Primäre Emotion liegt. Oh, das ist interessant. Und das Stichwort Verdrängung spielt da auch eine Rolle. Ja, Verdrängung ist ein ganz natürlicher Mechanismus, den muss es auch geben. Stell dir vor, wir könnten nicht verdrängen oder natürlich verdrängen und verarbeiten, dann würden uns die ganze Zeit über alle Erlebnisse, die wir hatten, die nicht so schön waren, begleiten. Und darum ist es auch ganz wichtig, das mal zur Seite schieben zu können. Aha, das soll man also, weil ich dachte, in der Psychoanalyse wird immer gesagt, zu Verdrängung ist nicht gut, weil dann kommt es an anderer Stelle raus und dann wird man krank. Nee, also ich würde erst mal sagen, dass der Mechanismus recht natürlich ist und dass er auch seine Funktion hat. Also er hat eine Licht- und eine Schattenseite. Okay. Und wenn wir das über Jahre tun, wenn wir sagen, hey, wir hatten ein ganz, ganz schweres Erlebnis und schieben die Gefühle, die mit diesem Erlebnis auch einhergegangen sind, immer zur Seite, die müssen natürlich immer wieder anklopfen. Ein Gefühl will uns was sagen in unserem Alltag und dann sagt es, okay, du hörst mich nicht, ich klopfe, klopf, 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 ich bin wieder da, du schiebst mich nochmal wieder, klopf, 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 es bleibt stehen. Weil die Information noch nicht übermittelt werden konnte und wir noch nicht sagen können, aha, danke, dass du mir das sagst. Manchmal ist es eine Information aus der Vergangenheit, das kennen wir, wenn wir auf bestimmte Sachen ziemlich heftig reagieren und mit einem gesunden Abstand nach drei Stunden oder nach drei Tagen denken, wow, da habe ich ganz schön heftig reagiert. Hat das jetzt gerade zu der Situation gepasst oder nicht? Und manchmal ist es ein Gefühl, das zu der Situation total gut passt. Man neigt ja dazu, die schönen Gefühle groß werden zu lassen und doll zu genießen, man hat wirklich auch Hormone, die dann freigesetzt werden, das ist ein schönes Glücksgefühl. Und so diese schlechten so wirklich wegzuschieben, nicht wahrzunehmen, ich verstehe also, das sollte man aber nicht machen. Also auch wenn Verdrängung normal ist, nicht komplett. Genau, also erstmal gibt es ja auch Menschen, die selbst die angenehmen Gefühle wie Glück und Liebe gar nicht so ertragen können. Die leben eher nach dem Motto, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Die leben immer so ein bisschen auch auf Abstand, die gibt es auch. Meistens haben die große Enttäuschungserfahrungen gemacht in ihrem Leben. Und dann, klar, das kennen wir alle von uns und wir sind auch darauf geschult oder unser System ist darauf angelegt, angenehme Gefühle zu suchen. Dafür sind sie auch gemacht am Ende, um eine Handlung zu wiederholen. Hey, ich habe irgendwie eine gute Zeit mit meinem Partner, auch beim Sex ein angenehmes Gefühl. Es werden Endorphine ausgestoßen und ich mache das nochmal, weil das total angenehm ist. Und die Natur will, dass man sich vermehrt, also motiviert sie einen auf diese Art. Ja, also wir sollen uns verpaaren immer als Menschen. Und auf der anderen Seite sagen uns die unangenehmen Gefühle ja, hey, guck da entweder genauer hin oder sei besonders wachsam oder mach das nicht nochmal. Und darum ist es erstmal ganz natürlich, dass wir diese nicht haben wollen, weil die sich super unangenehm im Körper anfühlen. Also wer fühlt schon gerne Scham? Ich glaube, es gibt wenig Leute, die das tun. Es gibt bestimmt einen Kink oder so, dass das manche machen, aber die meisten Leute wollen das nicht. Allerdings, wenn wir diese Gefühle nicht wahrnehmen, verpassen wir eins, die wichtige Information. Was will uns das Gefühl gerade sagen? Wenn ich meine Traurigkeit nicht zulassen kann, dann verpasse ich die vielleicht auch bei meiner Partnerin und verpasse den Moment der Verbindung, der möglich wäre, wenn ich die Traurigkeit zulasse. Also wenn sie von der Arbeit kommt und sagt, hey, ich hatte einen richtig beschissenen Tag, dann muss ich ihr entweder einen Ratschlag geben sofort, weil ich die nicht zulassen kann, weil es ja auch in mir ausgelöst wird. Dadurch, dass ich Spiegelneurone habe, merke ich kurz seine Traurigkeit, aber will die nicht haben, weil ich damit keinen Umgang habe. Und dann muss ich dir irgendwie einen Ratschlag geben und sagen, ja du, mach das mal so und so beim nächsten Mal. Und dann fühlt man sich nicht angenommen. Also man kann Gefühle bei sich wahrnehmen, üben und dann demnach auch beim Partner. Und da erinnere ich mich gleich an eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass wenn man sich Botoxt, also hier die Zornesfalte wegmacht, dann kann man ja nicht mehr grimmig oder traurig gucken. Und da heißt es, dass man das auch beim Gegenüber dann irgendwie quasi nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man dieses Gefühl so ein bisschen vergisst. Und dann geht man einfach so burschikos über den anderen hinweg. Dabei hat der vielleicht heute seinen emotionalen und melancholischen. Und dann kommt es natürlich zu Kommunikationsstörungen auch auf emotionaler Ebene. Also man sagt 95 Prozent der Kommunikation, die wir miteinander haben, ist eben nicht das reine Akustische, was wir gerade hören, sondern auch das, was ich in deinem Gesicht sehe. Und diese Mimik funktioniert dann nicht mehr so gut. Es gibt die Facial Feedback Hypothese. Und das heißt, wir, wenn wir ein Gesicht machen, zum Beispiel so, dann sind wir innerlich auch in der Tendenz freudiger. Also Amerikaner müssten freudiger sein im Mittel, weil die gelaufen grinsen da. Everything is fine. Das ist ein Vorurteil. Wenn ich da bin, dass man häufiger freudig begrüßt wird. Okay, ist aber schön, ja. Er ist was total Schönes. Ich finde, da fühlt man sich häufig echt sehr willkommen. Und das andere ist, wenn wir das dann nicht mehr zeigen können, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf unser Gefühlserleben. Weil das funktioniert wechselwirklich. Entweder wir sind glücklich und lächeln, aber wir können auch lächeln und sind dann innerlich ein bisschen. Deswegen wird Botox aber auch als Antidepressivum benutzt. Dann guckt man nicht mehr traurig, denkt das Gehirn, ach, die hat heute gute Laune. Ja, also auf jeden Fall, man muss natürlich total aufpassen, wenn man jetzt Eltern, ein Elternteil ist und Kinder hat. Kinder lernen ja auch aus den Gesichtsausdrücken der Eltern. Und die können sich das dann nicht abgucken in dem Moment, wo mein Gesicht zugebotox ist und meine Mimik lahmgelegt. Klar verhindert es, dass ich eine tiefere Faltenbildung habe irgendwie über die Jahre, wenn ich damit früh anfange. Aber es verhindert auch, dass mein Kind im Spiegel lesen kann, wie ich mich gerade fühle und welche Aufmerksamkeit ich ihm schenke. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir gesunde Kinder, emotional gesunde Kinder aufziehen wollen. Das darf man nicht unterschätzen, dieses mit den Eltern in Resonanz gehen und da die erste wertvolle Beziehungserfahrung machen. Mythos Nummer eins. Gefühle zeigen ist ein Zeichen für Schwäche. Ganz klares Nein, aber die Situation muss natürlich passen. Gefühle fühlen ist immer ein Zeichen von Stärke, weil dann kann ich entscheiden, wohin möchte ich gehen und möchte ich dieses Gefühl ausleben. Ich finde nicht, dass es in jede Situation passt, ein Gefühl auszuleben. Mythos Nummer zwei. Positive Gefühle sind besser als negative Gefühle. Bei Gefühlen gibt es kein besser oder schlechter. Alle Gefühle sind wichtig, weil wenn ich sie nicht wahrnehme, verpasse ich ihre Information. Und das Zweite ist, sie können mich auch lenken. Wenn ich meine Angst nicht spüre und nicht wahrnehme, dann mache ich eine bestimmte Sache nicht und denke, ich habe keine Lust drauf. Dabei habe ich Angst. Und wenn ich die Angst wahrnehme, dann kann ich mich entscheiden, wie ich mich verhalten möchte. Ich habe gelernt, dass Unterbewusste oder Unbewusste in der Psychoanalyse macht gar keinen Unterschied zwischen negativ und positiv, sondern dem Unbewussten geht es mehr um Intensität der Gefühle, weshalb sich manche Menschen einfach intensive Gefühlslagen suchen, auch wenn die vielleicht schlecht sind, also zum Beispiel auch in der Partnerschaft, dass sie sich immer jemanden nehmen, der einen total stresst und ist eigentlich nicht schön, aber es ist schön intensiv, so wie das man vielleicht kennt aus der Kindheit. Wenn wir ungesunde Beziehungsmuster erlernt haben, dann ist das unser Ort von zu Hause. Dann haben wir das abgespeichert und suchen uns dann wieder, meistens unbewusst, Partner, mit denen wir genau das leben können. Und das ist ja das Faszinierende, dass wir das bei jemandem ganz schnell erkennen können, dass unser System das ausliest und denkt, ah, du kannst mir das Erlebnis von früher, als ich zum Beispiel von meinen Eltern nicht beachtet wurde, nochmal bescheren. Vielen Dank dafür, sagt das System. Aber es ist sehr schwierig, das dann aufzulösen, diese Erfahrung, weil unsere Psyche ist so gepolt, dass wir einmal versuchen, uns dann doch zu beweisen, dass wir liebenswert sind. Hey, Papa, Mama haben mich vielleicht nicht so lieb gehabt, aber mit dem Partner schaffe ich es. Der beweist mir dann, dass ich liebenswert bin und wir wollen die Sachen auch immer auflösen. Das heißt, ich muss mir nochmal diese Krisensituation suchen, damit ich die dann später auflösen kann. Aber es klappt meistens nicht so in den Partnerschaften, weil der Partner dann vielleicht auch nicht bereit dafür ist. Mythos Nummer drei. Frauen können Gefühle besser zulassen als Männer. Ich würde sagen, Frauen können andere Gefühle aufgrund der Sozialisierung meistens besser zulassen. Und die Emotionspalette bei Frauen scheint ein bisschen größer zu sein als bei Männern, aber es kann individuelle Probleme geben. Als Körpermedizinerin weiß ich vom Einfluss der Hormone auf unsere Psyche. Ein Mann hat mehr Testosteron als eine Frau und deswegen durchaus auch mehr, sagt man, Biss, Durchsetzungskraft womöglich, Aggression. Und bei Frauen sind es die Östrogen und das Progesteron, das gibt uns auch Gefühlszustände. Je nachdem, wie der Zyklus schwankt, sind wir auch manchmal besser oder schlechter gelaunt, gestresster oder weniger gestresst, sanftmütiger oder nicht. Das ist nicht nur Klischees und das ist nicht nur, ja, sich über das andere Geschlecht lustig machen. Und wir sehen ja auch, dass wir uns in der Schwangerschaft ganz anders fühlen als Frau. Ist es dann doch irgendwie mehr so ein hormonelles Ding und ein Geschlechterding? Wie ist die Mischung, also an Erzogenem, Erlernten, an Genetischem und an Hormonellem? Ja, wir müssen uns ja auch immer fragen, warum sind wir diesen evolutionären Weg eingeschlagen, wo wir heute sind. Und da hat natürlich auch unsere Biologie einen großen Einflussfaktor drauf. Aber mit unserem Bewusstsein, und darum geht es ja in der Psychologie, können wir uns trotzdem entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Selbst wenn wir von dem einen mehr oder weniger haben, wie möchte ich mich denn in der Situation verhalten, dass es für die Situation, für mein Gegenüber und für mich gut ist. Und das ist eigentlich das, worum es immer geht. Und ja, es gibt Einflüsse und ja, es kann sein, dass Östrogen Frauen ein bisschen mehr auf Beziehung trimpt und dass sie das miteinander wertschätzen und Männer ein bisschen mehr Testosteron haben und sagen, ja, hier power ich mich durch. Und trotzdem darf ich mich in jeder Situation entscheiden, was möchte ich denn für mein Leben? Es gibt ja Menschen, hat man manchmal so das Gefühl auch im Umkreis, die nutzen ihre Gefühle und stellen sie zur Schau. Als ob sie davon einen Gewinn hätten. Was sagst du dazu? Ich würde das sehr situationsabhängig machen und ich glaube, wenn man das Bewusstsein entwickelt dafür, dann kriegt man da auch ein gutes Gespür für. Und naja, es gibt verschiedene Beispiele. Es gibt ja Menschen, die fangen in sehr vielen Situationen an zu weinen. Und dann denkst du manchmal, okay, hier fällt es mir schwer, Mitgefühl zu haben. Und dann kann es sein, dass die Person das gelernt hat. Immer wenn ich weine, bekomme ich eine Umarmung und werde getröstet. Und darum setze ich das heute auch als erwachsene Person ein. Bewusst oder unbewusst, das weiß man nicht. Kann man da Schubladen auch aufmachen? Gibt es verschiedene emotionale Typen? Ja, also ich würde sagen, es gibt vor allem Menschen, die erleben alles intensiver und sind einfach viel verbundener. Und dann gibt es Menschen, die leben so ein bisschen gedämpfter und die erleben alles so, ja, wie hinter einer Milchglascheibe. Ich habe, würde ich sagen, jahrelang wie hinter einer Milchglascheibe gelebt. Heißt aber nicht, dass man vom Grundtypus dann irgendwie weniger empfänglich ist. Das kann auch eine Sozialisierungsfrage sein. In deinem aktuellen Buch redest du auch über dich. Deswegen wage ich jetzt die Frage, was bist du denn für ein emotionaler Typ? Also du bist ein Psychologe, der ist nahbar und spricht auch über sich und ist nicht nur Projektionsfläche. Ja, die Entscheidung muss man irgendwann treffen für sich. Also bin ich der perfekte Psychologe, der über allen schwebt und den ganzen Leuten immer sagen kann, was so passiert. Ich würde sagen, ja, ich kenne die Prozesse. Mir ist immer ganz wichtig, bei mir selber abzutauchen und zu gucken, was sind denn meine eigenen dunklen Räume. Die Türen aufzustoßen, mit der Taschenlampe reinzuleuchten und zu gucken, was ist da eigentlich los. Und mit diesen Geschichten hoffe ich, kann ich eine gute Rampe bauen für die Leute, sich selbst zu erfahren. Und darum mache ich das auch im Buch so. Das geht nicht darum, dass ich allen sage, guckt mal, wie schlecht ich es hatte oder guckt mal, wie dramatisch oder wie toll ich bin oder so. Sondern mir war es wichtig, dass in diesem Buch auch Gefühle gelebt werden können oder erlebt werden können. Also nicht nur aus dem Verstand heraus, sondern aus dem emotionalen Erleben. Was bist du für ein Typ? Ich würde sagen, dass ich sehr feinfühlig bin und sensibel. Und dass mich das manchmal in meinem Aufwachsen so erschlagen hat, dass ich Schutzmauer für Schutzmauer für Schutzmauer runtergezogen habe. Und jetzt langsam wieder aus den zwölf Garagen, in denen ich mich versteckt habe, rauskomme. Okay, interessant. Das kann man natürlich auf den ersten Blick so gar nicht merken. So bist du so ein Lockerer, so in der Öffentlichkeit, so gut redend, kommst gut rüber und so. Ja, genau. Das eine steckt auch in mir. Also ich war auch immer ein Klassenclown. Ich habe es geliebt, Leute zu unterhalten. Und dann gibt es aber auch eine Seite in mir, die schon immer gerne Leute beobachtet hat. Ich würde es mal so beschreiben, es gibt diese Hülle gerade, die auch mit dir redet. Und dann gibt es auch einen Teil in mir, der in mir ist und gerade sitzt und das Ganze beobachtet. Aber manchmal ist vielleicht eine Situation so stressig, dass man fast aus sich herausgeht und auf sich herabschaut und denkt, bin ich das jetzt? Genau. Und man muss natürlich auch in so einer Situation aufpassen. Also das erste Mal, wenn man zum Beispiel vor einer Kamera ist oder vor einem Mikrofon, fängt man manchmal an, sich selbst zu beobachten. Das nimmt Kapazitäten vom Arbeitsspeicher und dann verspricht man sich schneller und häufiger, weil man einmal die Aufmerksamkeit braucht, um sich selber zu beobachten und einmal, um dann in der Situation zu agieren. Also das kennen viele, glaube ich, wenn sie in so aufregenden Situationen sind. Und woran merken wir, dass wir bereit sind für unsere Gefühle oder dass da noch ganz viele Schichten sind, die man erstmal überwinden soll? Ich glaube, es braucht so einen gewissen Wunsch oder einen Leidensdruck oder zumindest einen Wert, den ich leben möchte, um eine Veränderung einzuleiten. Weil sonst verändern wir ja was, womit wir eigentlich gerade im Moment zufrieden sind. Wenn ich sage, hey, alles ist total super, ich will da gar nichts dran ändern. Wie komme ich zu mehr Gefühl oder wie merke ich auch, ob ich dafür bereit bin? Einmal, wenn ich mich für das Thema sehr viel interessiere und dann merke ich schon, aha, da gibt es irgendwie eine Anziehung. Das zweite ist, erstmal wieder merken, was passiert in meinem Körper. Weil wir haben gerade gesagt, Gefühle merkt man zuerst als körperliche Erregung. Man merkt, dass irgendwas passiert. Und diesen Kontakt wieder zu gewinnen, das heißt, diesen Resonanzraum, den wir alle haben, diesen wieder wahrzunehmen und dann anfangen auch einzuordnen. Hey, was ist das da gerade und was will es mir sagen? Und das kann ich halt nicht erleben, wenn ich immer in Hektik bin und wenn ich tausend Sachen mache, sondern wenn ich in die Stille komme. Da haben auch so viele Menschen ein Problem damit, in die Stille zu kommen, weil da ein Haufen von Gefühle warten, die dann mich so irgendwie hibbelig machen. Und das kennt man ja auch, wenn man eine stressige Woche hat, ist es schwer, erstmal wieder ein bisschen runter zu kommen, weil der ganze Emotionsfluss erstmal wieder stattfinden muss und durchfließt. Ich habe selber mal mein Bauchgefühl entdeckt in meinem Leben. Das war eines der größten Geschenke. Das hat mir so viel geholfen. Was ist genau das Bauchgefühl? Also das Bauchgefühl ist eigentlich unsere innere Stimme und das ist das Wahrnehmen, was uns unser Gefühl im ersten Moment so sagt und wenn es reinklickt. Und dafür brauche ich eigentlich einen ganz guten Zugang zu mir. Und ich finde das Faszinierende an unseren Gefühlen ist, dass ja alles am Ende in Gefühle übersetzt wird. Was wir sehen, hören, schmecken, riechen und unsere Gedanken selbst. Die werden in uns in Gefühle übersetzt. Und das Bauchgefühl ist, diese Sprache sehr schnell wahrnehmen in uns und auch deuten zu können. Weil nicht immer sagt uns unser Bauchgefühl das Richtige. Dieses Intuitive, was wir alle haben, sagt uns zum Beispiel, hey, diesen Typen finde ich total spannend. Dabei weiß man, hey, ich sollte mich besser nicht auf ihn einlassen, aber irgendwie ist es gerade total spannend. Und das könnte auch ein Bauchgefühl sein. Dabei erinnert einen an eine Erfahrung, die wir aus der Vergangenheit haben oder gemacht haben und dann wiederholen wollen. Kannst du mir eine Übung verraten, die ich machen kann, um mein Bauchgefühl immer wieder zu prüfen und zu finden und dann auch Konsequenzen vielleicht abzuleiten? Ja, also ich empfehle eben diesen Kontakt zum Körper aufzubauen. Und das können wir machen mit einem ganz einfachen Bodyscan. Dass wir morgens zum Beispiel, ich bleibe immer im Bett liegen, die Augen zumachen und mal gucken, wie fühlt sich unser Stirn an? Wie fühlt sich unsere Nase an, unser Mund, unsere Brust und dann in zwei, drei Minuten so runterwandern bis zu den Zehenspitzen? Dabei erfüllen wir alles, unsere Knie. Das ist so ein Moment, wo wir Achtsamkeit praktizieren. Achtsamkeit ist dafür da, dass wir merken, was in dem Moment passiert. Sonst sind wir eigentlich immer am Rattern. Wir sind sehr, sehr selten im Hier und Jetzt. Wir müssen im Hier und Jetzt sein, um wahrzunehmen, was passiert, um unser Bauchgefühl wahrzunehmen. Und ich rate dazu, gerade bei Menschen, die zum Beispiel überangepasst sind, das gibt es ja, dass sie sehr viel bei den Gefühlen von anderen sind und nicht bei den Gefühlen von sich selber, in Entscheidungsmomenten für einen kurzen Moment innezuhalten. Wir denken immer, wir müssten uns sofort entscheiden, wir müssten sofort reagieren. Aber mal ganz kurz innehalten und eher zu verlangsamen und dann kurz mal zu gucken, was resoniert gerade in mir und wie möchte ich mich verhalten? Wir sind ja hier im Gesundheitspodcast. Also würde ich gerne den Effekt von Gefühlen auf unser Wohlbefinden noch einmal abfragen. Also kann ich mit negativen Gefühlen Wohlbefinden herstellen und auch mit positiven oder soll man das irgendwie abwägen? Also dazu gibt es auch Studien und die haben herausgefunden, je breiter ich bin, die in der Situation passende Emotion zu fühlen, desto zufriedener lebe ich. Warum? Weil wir uns dann in der Situation angebunden fühlen an das Leben, an das, was wir erleben. Weil zwischen uns und einer Sache, die wir erleben, steht ja auch am Ende ein Gefühl. Und wenn wir das spüren in dem Moment, sind wir wirklich im Moment und das ist ja das, was wir eigentlich sein wollen im Moment. Und wir können auch ein bisschen extremer gucken. Menschen, die zum Beispiel ein Burnout erleben, was erleben die meistens nicht? Eine richtige Anbindung zu ihren Gefühlen, weil die nehmen die Warnsignale nicht wahr. Ich bin eigentlich überlastet, ich bin eigentlich überschöpft. So lange, bis das System einmal ganz runterfährt und sagt, hey, hier muss eine Pause kommen, weil du die Pause vorher nicht eingehalten hast. Und die lernen auch Stück für Stück in der Therapie einen neuen Zugang zu ihren Gefühlen, um diese Signale schneller wahrzunehmen. Wie können wir das denn bei Kindern auch lösen, wenn die gestresst sind von der Schule? Die können ja jetzt nicht einfach sagen, ich gehe halb tags zur Schule. Ja, also wir als Eltern machen einen ganz großen Regulationsraum auf für die Kinder. Kinder sind ja sehr angebunden an ihre Gefühle. Das merkt man ja, wenn die wütend sind, sind die wütend und dann werfen die sich auch manchmal hin oder weinen. Was wir machen können ist, da zu sein für die Gefühle, sie dann auf den Schoß zu nehmen und zu sagen, ja, ich kann das verstehen und einfach mal zu halten. Und dann merken wir, Gefühle fließen durch, sie sind eher wie eine Wetterveränderung am Himmel des Bewusstseins. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Meditation und so an, aber so ist es ja eigentlich. Wenn wir gucken, wie viele Gefühle haben wir in unserem Leben schon erlebt und welche sind für immer geblieben und welche sind einfach durchgegangen. Und das können wir mit unseren Kindern praktizieren, dass wir sagen, hey, es gibt nicht irgendwie gute und schlechte Gefühle, sondern das ist jetzt da und das hat einen Raum. Und dann helfen wir unseren Kindern in dem Moment, wo wir das spiegeln und sie wahrgenommen werden, dass das auch in Ordnung ist. Und dann können sie damit einen Umgang lernen. Das ist so interessant, also dass man eben Gefühle in Raum gibt und dass man sie annimmt und sie nicht wegredet. In Partnerschaften ist das ja oft so, dann sagt der eine, wieso, es geht dir doch gut, du hast hier doch Haus und Hof und Arbeit und Gesundheit und Kinder, warum bist du unglücklich? Und der betroffene Partner sagt, ja, aber ich bin so melancholisch oder es geht mir nicht gut und fühlt sich total unverstanden, dabei will doch der eine nur motivieren. Da redet man so aneinander vorbei. Ja, was passiert in dem Moment ist, der eine fühlt sich eigentlich gerade schlecht oder fühlt sich in diesem Gefühl und was erzeugt die tiefste Verbindung, wenn du dich in deinem Gefühl gesehen fühlst, wenn du dich in deiner Traurigkeit, in deiner Wut, in deiner Scham gesehen fühlst, weil das ist ja die maximale Verbindung, die wir kreieren können. Und wenn jetzt jemand sagt so, ey, du hast doch alles, dir geht es doch so gut, du dürftest eigentlich nicht traurig sein. Stimmt das? Dürfen wir nicht mehr traurig sein, wenn es uns von außen gesehen gut geht? Also, mein Erleben über meine letzten Jahre, die ich auf dieser Erde bin, ist, obwohl ich viel habe und es mir gut geht, habe ich trotzdem noch alle Gefühle und mir geht es eben manchmal so und manchmal so. Es ist so ein Mythos in unserer Gesellschaft geworden, dass irgendwas mit uns verkehrt ist, wenn wir nicht gerade glücklich sind. Dabei flattern die Gefühle durch und das ist auch völlig in Ordnung. Und dafür einen Raum zu kreieren, darum geht es eigentlich. Welche Symptome können sich körperlich bilden, wenn man seine Gefühle nicht richtig erlebt und verdrängt? Eigentlich gibt es einen Zusammenhang zwischen allen psychischen Störungen und dem Nichterleben von Gefühlen. Depression, Panikattacken und dementsprechend diese ganzen körperlichen Symptome, die da mit einhergehen. Dieses völlige Erschlaffen des Körpers. Reizdarm wahrscheinlich auch. Kopfweh, Haarausfall. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die mit nicht gelebten Gefühlen zusammenhängen. Manchmal ist dieser Zusammenhang sehr schwer zu erforschen, weil da gibt es so viele Wirkreise. Es gibt sehr, sehr selten einen einzigen Faktor. Du lebst deine Angst nicht, deswegen kriegst du da einen kreisrunden Haarausfall. Das gibt es nicht. Aber die Sachen stehen im Zusammenhang. Ja, da muss man auch aufpassen, dass man die Menschen nicht stigmatisiert und sagt, naja, die Neuro, der mit ist, kommt ja von Neuro, du hast ja Psyche. Es ist ja so schon, dass man halt eine Veranlagung hat und dann hat man Stress und dann juckt die Haut und dann macht natürlich auch das ständige Kranksein auch was mit der Psyche. Das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Vielen Dank. Was empfiehlst du jetzt Menschen, die also Schwierigkeiten haben, mit ihren Gefühlen irgendwie klarzukommen? Also erstmal sich zu fragen, möchte ich das? Möchte ich mehr ins Gefühl kommen? Oder manche fühlen ja auch ein bisschen zu viel, den Eindruck haben die. Die sind dann meistens ein bisschen viel bei den Gefühlen von anderen und wenig bei sich selber. Und das wieder aufzubauen, das kann über den Körper passieren, das kann auch, das empfehle ich mehr Männern als Frauen, sich mal ein paar traurige Filme angucken, wenn ich irgendwie so ein ganz stiefmütterliches Verhältnis zu meinem Gefühl der Traurigkeit habe. Das heißt, auch diese Räume zu nutzen und mich zu beobachten in Situationen, wenn ein Gefühl reinkommt, was ich als unangenehm empfinde, nicht mich gleich wegzuducken. Ich habe das zum Beispiel speziell mit meinem Vater und mit meinem Opa, wo ich immer denke, ich müsste der harte Mann sein. Genau in diesen Momenten mal kurz innezuhalten und anzuhalten und zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich und traue ich mich, habe ich den Mut, in das Gefühl zu gehen. Und ich glaube, das ist es am Ende. Und sich dabei auch Zeit lassen. Wir erwarten manchmal so, dass man irgendwie eine Salbe verschrieben kriegt oder eine Kapsel lutscht und auf einmal ist alles weg. Aber auch in der Medizin ist es ein Weg und in der Psychologie auch. Ich würde das immer eher ein bisschen mit Sport vergleichen, dass wir natürlich einmal sehen können, wie funktionieren die Bewegungen. Aha, haben wir erkannt. Aber die Bewegung müssen wir dann ausführen, um das Ergebnis zu erzielen, was wir haben wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass bei dir Musik und Bewegung Gefühle kreieren, durchaus gute Gefühle oder erwünschte Gefühle. Gibt es weitere Strategien, die wir so einfach mal anwenden können, die was mit uns machen, wo wir uns ein bisschen lenken können? Ja, also ich würde immer die Räume aufmachen, die es in dem Moment braucht. Spüre ich zum Beispiel Einsamkeit, das ist was, was wir nicht alleine lösen können. Dass ich dann aktiv auf andere zugehe und sage, hey, ich wünsche mir eigentlich Kontakt. Also wir müssen ja nicht sagen, hey, ich wünsche mir Kontakt, sondern mal wieder jemanden anrufen. Oder wir können da auch anders das ausagieren und sagen, wer könnte sich denn eigentlich gerade noch einsam fühlen? Auf andere zugehen. Man kann auch einen Job anfangen in einer Organisation, wo man anderen Menschen hilft als Nebentätigkeit. Also ich finde, für jedes Gefühl gibt es eine Sache, die wir tun können. Das ist das Spannende und sich da auf die Entdeckungsreise zu begeben. Wie schaffe ich es gemeinsam mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, zum Gefühlstantra zu kommen? Die ersten zwölf Monate laufen ja oft wie von selber, weil man dann in so einem Gefühlsrausch ist oder in so einem Hormonrausch. Und da ist man verliebt und liebt ja auch meistens noch nicht so richtig. Und wenn die Zeit der Liebe anfängt, dann beginnt auch häufig die Zeit der Arbeit. Und man muss danach auch nicht drüber reden, weil es dann einmal ausgesprochene Wahrheit. Das heißt, man braucht es nicht ausdiskutieren. Wobei, dann sehe ich ja gar nicht ins Gesicht des Partners, wenn wir Rücken an Rücken setzen. Und das kann gut sein, weil dann traut er sich manchmal, tiefer reinzugehen und ist mehr bei sich in dem Moment. Weil du möchtest ja was erfahren über den Partner und nicht das Bild, was der Partner bei dir erzeugen möchte. Weil selbst in der Partnerschaft, in manchen Situationen, wenn du zum Beispiel merkst, hey, mein Partner ist gerade traurig, dann merkt man selber, man möchte vielleicht stark sein. Und das passiert dann weniger. Und dann kann man wirklich tiefer reingucken. Und wenn ich Bedürfnisse habe, wo ich das Gefühl habe, mein Partner geht nicht ausreichend darauf ein. Und ich würde es aber so gerne, und ich habe das vielleicht auch schon mal formuliert. Wie kriege ich das so, dass er so meine Gefühle so besser wahrnimmt? Oder wie? Also, darüber reden und auch nicht müde werden, darüber zu reden. Manchmal denken wir, er sagt das einmal gesagt und dann müsste sie okay sein. Also wir müssen uns dann jemanden vorstellen, der vielleicht über 30, 40, 50 Jahre nicht seine Gefühle gelebt hat. Und dann denken wir, wenn wir es einmal oder viermal oder fünfmal sagen, ja, okay, danke, ich habe es jetzt verstanden. Danke, dass du es fünfmal gesagt hast. Nein, wir müssen in diesen Prozess reingehen. Das ist wie ein Training. Und uns auch Momente kreieren zusammen, wo wir das erleben können. Und ich würde es nicht in absoluten Stressmomenten machen zwischen Tür und Angel, sondern hey, gibt es eine Möglichkeit, dass wir am Sonntag mal einen Spaziergang machen, denjenigen an die Hand nehmen und sagen, hey, du bist mir ganz wichtig. Und ich würde gerne in bestimmten Bereichen tiefer mit dir abtauchen. Und deswegen ist mir das und das wichtig. Und selber auch nicht schüchtern zu sein, seine Sachen zu zeigen. Und dann aber auch nicht erwarten, dass sie dann einen Hafen finden immer und zu jeder Zeit. Also wenn ich emotional reifer bin und bestimmte Sachen zeigen kann und mich dann trotzdem nicht hundert Prozent darin verliere, heißt das nicht, dass der andere diese Reife schon hat, sondern das ist eine Sache, die er von mir lernen kann. Und dann gibt es wieder andere Sachen, die ich von ihm lernen kann. Und wenn ich selber weiß, ich bin jetzt gefühlsmäßig nicht obertrainiert, wie schaffe ich es, dass meine Kinder das trotzdem gut lernen für die Zukunft? Indem ich eben den Raum da lasse. Indem ich eben auch die Traurigkeit da lasse, auch einen Raum für die Wut schaffe und das nicht gleich wegbügel, weil man sich so und so verhalten soll. Ich finde gerade speziell in Deutschland sind wir emotional ganz gut runterreguliert. Und das kann mit Kriegen zu tun haben. Also wir haben ja alle auch ein Erbe und auch das tragen wir mit. In Kriegssituationen geht es immer ums Überleben und dann fährt das emotionale Erleben erstmal runter. Das ist ganz klar. Und das tragen wir aus den Generationen ja noch weiter. Auch Menschen, die über Generationen schwere Traumata erfahren haben, sind auch in der Regel eher ein bisschen runterreguliert. Und diesen Raum trotzdem da sein zu lassen für die Kinder, das ist, glaube ich, das Wichtige. Jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt von dir. Jetzt lasse ich mich mal drauf ein. Ich werde jetzt gefühlsbetonter. Ich freue mich schon darauf. Was kann ich erwarten, wenn ich die Gefühlsreise starte? Ich glaube, das, was sich fundamental verändern wird, ist, dass du dich lebendiger fühlst, dass du dich mit dem Leben verbundener fühlst und dass du weniger Erwartungen hast im Sinne von ich müsste ja jetzt eigentlich so und so fühlen. Weil manchmal kennen wir das, wenn wir irgendwie ganz lange auf einen Traumurlaub hinfiebern und denken, okay, dann beginnt endlich die Zeit, wo ich wieder richtig toll aufblühe und alles toll erlebe und das Leben wird bunt. Und dann sind wir in diesem Urlaub und merken, ey, das kommt gar nicht, was ich mir da gerade erhofft habe. Und dann werden wir wieder daran erinnert, dass es nur einen Moment gibt, wo wir das Leben leben können. Im Hier und Jetzt. In der Situation, wo wir gerade drin sind. Und darum geht es bei Gefühlsbereitschaft. Heute Nachmittag anfangen, nicht aufs Wochenende schieben, nicht auf den Urlaub warten und schon gar nicht auf die Rente, sondern hier und jetzt für mehr Lebensqualität. Und die Frage ist, geht es im Leben immer darum, nur diese angenehmen Sachen zu erleben, sondern auch mal zu gucken, was hat uns denn gemacht? Was hat uns denn zu dem geformt, was wir sind? Das waren auch viele unangenehme Erlebnisse. Und das ist auch okay. Und diese ganze Bandbreite gehört zum Leben dazu. Wir können immer besser lernen, Umgang damit zu finden. Ich danke dir, lieber Lukas. Bei dir habe ich heute das größte Gefühl gespürt, Leidenschaft fürs Thema. Auf jeden Fall. Also das ist zumindest auf mich sehr übergesprungen. Ich danke dir sehr. Außen hart, innen weich, ideale Kombi. Herbert Grönemeyer. Danke für deine schönen Fragen. Das war's für heute. Wenn du uns bei Spotify folgst, dann freuen wir uns, wenn du bei unserer kleinen Umfrage mitmachst. Ansonsten erscheint die nächste Folge in einem Monat. Und um sie nicht zu verpassen, folge uns gern auf deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefallen hat und auch alle anderen Folgen dir gefallen, dann hinterlass doch gerne eine nette Bewertung. Wir freuen uns auch über Fragen, Kritik und Themenvorschläge. Dazu kannst du die Social-Media-Kanäle der Techniker nutzen oder folgende E-Mail podcast.tk.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.